Die ganzjährig offene Bobbahn liegt nur 5 Minuten von der U-Bahn Station Prosek entfernt. Die Verbindung ist mit einem Linienbus gesichert. Die Verbindung ist mit einem Linienbus gesichert. Die Bahn misst inklusive Transportstrecke 1000 Meter, verfügt über 13 Kurven und attraktive zwei Überführungen. Beleuchtung sorgt für Spaß bei Abendfahrten. Die Spitzentechnologie der Edelstahlbahn und des Lifters versprechen ein nicht alltägliches und attraktives Erlebnis. Zum Areal gehört auch ein Kletterpark und ein Kinderspielplatz. Bei dem Einhalten der Sicherheitsfortschrifte ist die Bahn absolut sicher, was unter anderem ermöglicht, dass auch Kinder vom Beginn des Schulalters selbst fahren dürfen. Der Schlitten kann mit einer oder zwei Personen besetzt werden. Die Erlebnisse von der Fahrt zu teilen oder nur einen kleinen Imbiss genießen, kann man in unserem Restaurant mit einem tollen Blick auf die goldene Stadt. Musik 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 Spannende Musik